Kairuan Und in wächtlicher Oase Kommt der Sultan in Ekstase Wenn Sulaika sich entschneien Irre und Schuld ihn betreuen Und selbst der ärmste Scheich Macht seine Lieblingsfrau so reich So interessant wie im Roman Ist die Liebe nur in Kairua Denn jeder Kuss im Orient Er spricht ein tolles Happy End thin von haben amente Tränen So interessant wie im Roman ist die Liebe nur in Kairuan, weil jeder Kuss im Orient heißt, wie die Tupen Sonne brennt und in nächtlicher Oase kommt der Sultan in Ekstase. Wenn Sulaika sich entschleiert, ihre Unschuld ihr betreut. Und selbst den ärmsten Scheich macht seine Lieblingsfrau so reich. So interessant wie im Roman ist die Liebe nur in Kairuan, denn jeder Kuss im Orient bespricht ein süßes, tolles Happy End. Kairuan, Kairuan, Kairuan. Kairuan, 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 Kairuan